Bastelzeit und heute sind wir wieder im Zigbee Bereich unterwegs. Wir hatten ja schon in einem vergangenen Video gezeigt wie man so ein Gateway aufbaut, wie man was schalten kann. Diesmal geht es dann eher so um den anderen Bereich nämlich Messen. Ich musste einen Bereich hier ausstatten mit Sensoren. Er hat rund geguckt und die Zigbee Sensoren sind nicht wirklich so teuer. Von daher bevor ich jetzt anfange mir selber hier Boards zu bauen und Fernweh zu schreiben, holen wir die für die paar Stellen und das Ganze sieht hier so aus. Man kann schon grob erahnen was das hier wohl sein soll. Wir haben entsprechend hier diese wunderschöne Form in so einem Thermometerdesign. Das heißt, das hier ist offensichtlich ein Temperatursensor. Fast ist ein Temperatur und feuchte Sensor. Macht also beides. Und wir sehen hier eventuell so ein Häuschen mit einem Z drin. Das heißt nicht, dass das ein russisches Haus ist. Nein, das ist halt ein Zigbee Sensor. Ihr seht schon ungefähr wie groß das Ding ist und die Größe hat auch einen Grund. Denn wenn wir das Ding mal rumdrehen, dann haben wir einmal hier so ein Klebepad, ein doppelseitiges dabei, womit man es an die Wand festmachen kann. Alternativ mit zwei Schrauben. Was aber so ein Grund ist, warum ich den hier geholt habe. Das ist das, was hier steht. Battery LR03. Also AAA. Es kommen keine Knopfzelle rein wie viele andere Sensoren, sondern wirklich zwei AAA Batterien. Pardon AAA Batterien und das Ganze wie gesagt Zigbee. Das Ganze wird überraschenderweise nach unten ausgehangen. Normal kenne ich so, dass es nach oben geht. Hier geht es nach unten. Dann können wir die Rückwand abnehmen und haben dann die zwei Teile. Einmal die Rückwand, die wir auch entsprechend verschrauben können, wenn wir das stattdessen wollen. Mit dem Top, was auf dem Kopf steht, wenn man es montiert. Ja, okay. Nehmen wir so zur Kenntnis. Und dem Sensor an sich. Der Sensor selber hat nicht ganz so viel. Wir haben die Batterien hier hinten. Wir haben einen Knopf, den muss man gedrückt halten, wenn man das Ding synchronisieren will. Und ansonsten haben wir auf der Unterseite den Inlet. Also da wird gemessen. Da wird wahrscheinlich der Sensor dahinter setzen. Zumindest der für die feuchte. Und hier vorne, das ist eine LED. Die blinkt rot, wenn man synkt. Und ich glaube, wenn er misst, dann ist die auch am Blinken. Klingt ja schon mal ganz gut. Frage ist, was haben sie denn da drin verbaut? Und können wir das eventuell selber auch dann besser machen? Überlegen wir einfach mal. Wie gesagt, mir hat jetzt die Zeit gefehlt, das besser zu machen. Deswegen sind es hier die fertigen geworden. Aber mal gucken. Vielleicht können wir uns da ein paar Tricks abgucken. Ich persönlich nutze eigentlich immer die DAT 12. Ich blende es euch ein. Jedenfalls so integrierte Temperatur und feuchte Sensoren. Die sind relativ günstig und damit geht das ganz gut. Jetzt hole ich mir erstmal nach einer Schraubendreher. Denn hier so geht das nicht auseinander. Versuchen wir das nochmal. Hier oben das ist einfach nur ein Metallstück, was die beiden Batterien verbindet. Das heißt, die beiden Kontaktflächen hier unten. Ich gehe davon aus, dass das eine gute Frage ist. Ist es überhaupt eine durchgängige Platine? Eigentlich wird es sogar reichen, wenn die Platine nur hier unten so ein kleines Eckchen ist. Und der Rest wirklich nur Gehäuse. Wir werden es sehen. Ja, es ist doch tatsächlich eine komplett durchgehende Platine. Das hätte ich so nicht erwartet. Wir haben das Zigbee-Modul hier oben. Das Modell ist die ZTU. Seriennummer ist aufgedruckt. Wäre schön gewesen, wenn die auch draußen drauf gestanden hätte. Dann weiß man nämlich, was es ist. Hier haben wir den Sensor. Der ist... Wie ist der? Das Loch ist in der Mitte. Der Sensor ist hier. Das ist nah genug. Es gibt sogar noch eine zweite Variante. Anscheinend kann man verschiedene Sensoren machen. Ansonsten haben wir einen Cooler drauf. Hier anscheinend einen Programming-Header, um die Firmware aufzuspielen. Ein paar Passiv-Bauteile. Kriegen wir den hier raus. Wobei, so flach wie das hier drauf liegt, sind auf der Rückseite ohnehin keine Bauteile mehr. Gehen wir mal eine Runde näher ran und gucken genauer, was wir denn jetzt hier haben. Ja, das Zigbee-Modul ist wie gesagt ein fertiges, wie wir hier sehen können. Die Antenne ist oben eingebaut. Wir haben anscheinend auch da oben unter dem ZTU, was da steht, eine Möglichkeit einen externen Antennenverbinder drauf zu machen. Ansonsten, wir haben sowohl an der Seite als auch unten Pins. Das heißt also, das scheint wirklich ein ziemlich generelles Modul zu sein, wo man sehr viel mit machen kann. Wahrscheinlich da auch dann der Prozessor drin. Das bestärkt sich dann natürlich auch, wenn wir weiter runter gucken, denn wir haben sonst keinen Prozessor. Wir haben hier den Q1. Gleich mal gucken, was das ist. Und entsprechend dann eine LED ohne den Sensor. Der Rest sind einfach nur Kondensatoren und Widerstände. Tja, und der Q1 ist wirklich so ein bisschen Mysterium für mich. 1AM. Das ist, wenn ich den Online-Quellen wirklich mal trauen soll, tatsächlich einfach nur ein Transistor. Aber warum ein Transistor hier drauf? Ich meine, die LED zu schalten, wird auch ohne Transistor gehen. Und den Sensor ausschalten, für irgendeine Standby-Schaltung. Puh, das wäre schon sehr, sehr seltsam. Kann man zwar theoretisch machen, könnte ein paar Mikroampere sparen, aber ganz ehrlich, bei hier so einem Billigprodukt, hätte ich das jetzt auch eher nicht erwartet. Der Prozessor selber muss ja die ganze Zeit eigentlich durchlaufen. Ich glaube nicht, dass der Sensor unten irgendeinen Alarm hat, nach Überschreiten von einer Schwelle, dass der einen Interrupt hat oder so, womit man den Prozessor wecken könnte. Also, wenn da einer von euch eine Idee hat, was das soll, was das für einen Sinn haben könnte, hier einen Transistor zu verbauen, gerne unten in den Kommentaren einmal schreiben. Und was den Sensor selber angeht, H8QT58 oder so, sieht auf jeden Fall interessant aus. Insbesondere, weil hier irgendwie noch mal so ein Glas drüber zu sein scheint oder irgendein Sensor, der auf jeden Fall ziemlich reflektiert. Sieht interessant aus. Gehen wir mal auf Datenblattsuche. Knapp daneben ist auch vorbei. Die andere Zeile war die richtige. Da steht 3805 und das Ganze dürfte dann der CHT 3805 von Sensylink sein. Das ist ein digitaler Feuchte- und Temperatursensor. Das macht irgendwie Sinn, dass man sowas hier verbaut. Auch wenn wir gucken, das Paket mit diesem Fenster, das kommt schon ganz gut hin. Von den Keyspacks, das Ding läuft von 2,5 bis 5,5 Volt, also für 3 Volt geeignet. Schlaf oder was auch immer das für ein Current ist, das ist ja nicht im Standby, sondern wohl laufend aber nicht zu 3 µA und 0,3 µA bei Standby. Temperatur ist plus minus ein halbes Grad, zumindest mal so in den üblichen Wohnungstemperaturbereichen. Und plus minus 3 Prozent Luftfeuchte, auch so bei den normalen Temperaturen, sage ich mal. Das Ganze läuft dann per I2C, also relativ Standard. Wenn wir das mal gerade vergleichen mit dem DHT 22, dann ist der hier wahrscheinlich ein bisschen besser. Also wenn wir hier gucken, der hier, der macht der DHT 22, der macht 2 bis 5 Prozent. Ich habe aber irgendwo eine Liste gefunden, was denn jetzt wirklich. Auch ein halbes Grad. Und was hier bei dem aber interessant ist, der macht maximal 0,5 Hertz. Das heißt also alle zwei Sekunden ein Messwert. Und dieses Limit haben wir bei dem, dem hier verbaut ist, wohl nicht. Wenn wir mal runtergehen und hier uns die Measurement Procedure angucken, dann sehen wir hier Typical Conversion Time ist 6,5 Millisekunden. Also ich gehe davon aus, dass das ein bisschen schneller ist als der andere. Brauchen tun wir es hier nicht, aber hey, es ist halt drin. Ja, die Zigbee Schnittstelle selber, da will ich mich gar nicht lange mit aufhalten. Das klappt wie üblich am Gateway selber. Da muss man das Verbinden erlauben. Dann hier bei dem Ding den Knopf gedrückt halten und fertig. Das Ding meldet sich als TS0201 an und gibt überraschenderweise Temperatur und Feuchte aus. Bei beiden kriegt man zwei Nachkommastellen. Die Batterieanzeige klappt bei den Geräten, die ich hier habe allerdings nicht. Die Häufigkeit der Aktualisierung, die ist auch soweit okay. Wenn ich das richtig beurteile, dann wird beim Einschalten relativ häufig erstmal gesendet. Nach einiger Zeit geht er dann in so einen dynamischen Modus. Das heißt also, wenn ein größerer Temperatursprung kommt, dann wird er direkt gesendet. Wenn es nur ein bisschen hin und her geht, dann schickt er jede halbe Stunde eine Temperatur und wenn die Temperatur längere Zeit gleich bleibt, dann gibt es immerhin jede Stunde so ein kleines Lebenszeichen, um zu sehen, okay, ist noch da. Für die meisten Anwendungen müsste das passen und sollte halt auch so für die meisten Steuerzwecke ganz nutzbar sein. So, bleibt noch eine große Frage. Naja, das Ding läuft mit Batterie. Wie sieht es mit Strom aus? Ja, also wenn wir das Ding erstmal in Betrieb nehmen, dann sehen wir, wie das Ding läuft, denn dann verbindet er erstmal und alles. Da sind wir dann hier irgendwie bei 4, 5, 6, 7 mA. Ab und zu mal einen Spike auf 10 mA hoch. Aber für uns wichtiger ist, ist ja schlafen. Und naja, das, was ich dann die ganze Zeit beobachtet habe, war das hier. Ja, 171,9612 µA. Das ist nicht unbedingt das, was ich erwartet habe. Das klingt zwar auf den ersten Moment klein. Das sind ja nur 0,17 mA. Aber, naja, klein viel macht halt auch Mist. Und wenn wir hier einfach mal durchrechnen, eine Triple A-Zelle, habe ich mich wohl verschrieben, die hat ungefähr eine Amperestunde. Wir haben zwar zwei drin, aber hintereinander. Deswegen bleibt das alles gleich. Wenn wir das mal durchklamüsern, kommen wir bei 242 Tagen raus. Also noch nicht mal ein Jahr. Und naja, das hier ist jetzt eine Milchmädchenrechnung natürlich. Das heißt also, zum einen, die Batterie hält zwar länger, wenn wir weniger Strom verbrauchen. Aber hier ist halt auch noch nichts dabei, wo wir Waren Bestwert übermitteln. Das hier ist rein Stand-by. Also realistisch gesehen, käme da wahrscheinlich unter einem halben Jahr raus. Es gibt aber einen kleinen Haken. Und zwar, ja, das Ding hat mich ein bisschen getrollt. Offensichtlich ist er so in der ersten Stunde oder so in einem höheren Stand-by-Modus. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, was der Unfug soll. Ich habe jedenfalls später nochmal geprüft. Habe es auch mit mehreren Sensoren geprüft. Und ich sehe immer noch ab und zu die 171 Mikroampere. Aber das ist vielleicht nur einmal die Minute oder so. Und die restliche Zeit ist er dann bei 4, 5 Mikroampere. Das ist sogar besser als das, was ich erwartet hätte. 4, 5 Mikroampere, das ist im Prinzip nichts. Da kommen wir bei über 20 Jahren Batterielaufzeit theoretisch heraus. Und ja, ich glaube, da ist dann die Selbstentladung der Batterie das größere Problem. Wie gesagt, in der Praxis wird das deutlich niedriger sein, weil halt die Sendeleistung, also die Zeit, in der wir senden, da das Ausschlaggebende ist. Und natürlich bei so langen Laufzeiten dann auch, wie die Zelle selber altert, was auch wieder temperaturabhängig ist, genau wie das Senden. Das heißt, die korrekte Antwort auf die Frage, wie ist denn die Batterielaufzeit? Na, das ist ein Technikerübliches. Kommt drauf an. Aber für eine grobe Hausnummer, ich gehe davon aus, dass das Ding mit einer guten Alkalienzelle auch locker ein paar Jährchen durchhält. Tja, ehrlich gesagt, ich bin doch sehr überrascht davon, was das Ding hier so schafft. Eigentlich hatte ich mir gedacht, okay, wird ein günstiger Sensor drin sein, ein bisschen Batterie, ein bisschen SIGWI. Viel kann es ja nicht sein. Und bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Batterielaufzeit eher mäßig ist. Also mäßig in Anführungszeichen. Wir haben halt AAA-Batterien drin. Die sind ja jetzt nicht unbedingt die schlechtesten. Aber ich bin davon ausgegangen, dass da schon ein bisschen was an Strom fließt. Aber, wie wir gesehen haben, das ist weniger als meine DIY-Sachen haben. Selbst wenn ich eigentlich auf Batterie drauf gucke. Und wir dürfen nicht vergessen, naja, wirklich teurer ist das am Ende hier auch nicht. Von daher, call me impressed. Das Ding hier sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick ganz gut aus. Es hat natürlich ein paar Einschränkungen. Da braucht man, denke ich, nicht drüber zu diskutieren. Wenn wir hier nochmal die Originalpackung holen, das sieht hier so im Übrigen aus. Steht nicht wirklich was drauf an Firmen. Da haben wir einfach nur SIGWI Temperature Humidity Sensor im Bildchen. Und ja, der Info, dass man das Ganze irgendwie mit Alexa, Google Assistant und dem ganzen Two-Year-Smart-Home-Ding benutzen kann. Aber ansonsten, ja, die Specs sind leider übersichtlich. Wir haben die Größe 7 cm mal 2,5 und 2 cm tief. Dann haben wir die Info, dass das Ding mit 3 Volt läuft. LR03 mal 2. Das sind, wie gesagt, die AAA-Batterien. Hier sieht man es aber auch. AAA-Micro-LR03 ist alles die Bezeichnung für diese Zellen. Der Rohrstrom wird hier mit 130 µA angegeben. Ich denke, da sind wir deutlich drunter. Die Low Power Under Voltage ist aber dann so das erste, wo bei mir so die Augenbraue hochgeht. Wie wir hier sehen können, hier steht unter 2,7 Volt. Also ist nicht schön. Denn so eine Lithiumzelle, äh, pardon, nicht Lithium, Alkaline-Zelle. Die ist meistens so bis 1 Volt, 0,9, eventuell 0,8 in hier so Low-Power-Zeugs. Gut. Und naja, 2 mal 0,8 oder 2 mal 1, also da wären wir irgendwo bei 2 Volt. Das wäre das, was ich lieber gesehen hätte. 2,7. Gefällt mir nicht. Und man muss auch bedenken, wenn man einen Akku reinmachen würde, Nickel-Metall-Hydrit oder so, naja, 1,2 Volt mal 2 sind 2,4. Selbst wenn die voll wären, wären die also unter dieser Schwellspannung hier. Ich gehe davon aus, dass das einfach nur ein Alarm ist, der rausgesendet wird. Ich konnte jedenfalls nicht dafür sorgen, dass er da schon die Leads kettiert hat. Das ist aber auf jeden Fall etwas, wo ich dann so auf die Dauer mal gucken muss, ob da nicht dann doch die Batterielaufzeit geringer ist, als das jetzt erst mal aussieht. Es ist auf jeden Fall eher schade, dass das so eine hohe Spannung ist. Auch wenn es natürlich keinen Sinn macht, hier einen Akku reinzumachen in den meisten Fällen. Einfach, weil die Akkus nicht so doll performen in solchen Low-Power-Anwendungen. Ansonsten, ja, Zigbee 2,4 GHz. Die Temperatur minus 10 bis 55 Grad. Ich gehe davon aus, er hält auch ein bisschen weiter runter aus. Minus 10 könnte halt für draußen ein bisschen knapp werden. Aber für draußen ist die Humidity das größere Problem. 10 bis 90 Prozent Relative Humidity, also relative Luftfeuchte, und 90 Prozent reicht nicht. Das ist schon in der Wohnung teilweise eng. Also wenn ich gerade am Kochen bin oder irgendwie im Badezimmer, wenn man da am Duschen ist, ist 90 Prozent schnell überschritten. Das wird dann also eng. Ich gehe aber davon aus, dass hier diese Angaben nur dafür sind, dass sinnvolle Messwerte liefern. Es ist zwar prinzipiell so, dass gerade bei Luftfeuchte der Sensor hier drin ein bisschen kaputt gehen kann, sage ich mal. Dadurch, dass sich der einfach mit Wasser sozusagen vollsaugt. Und das kann dann schon mal längere Zeit dauern, bis dass da wieder sinnvolle Werte rauskommen und die Feuchtigkeit einfach aus dem Sensor wieder raus ist. Ich hatte hier so einen in der Küche, hatte auch schon Messwerte irgendwie bis 95 Prozent, die er angezeigt hat oder übermittelt hat. Und er hat sich danach aber relativ schnell wieder gefangen. Von daher gehe ich davon aus, dass das ja wahrscheinlich die Spezifikation vom Sensor ist, wo er seine Genauigkeit erreicht. Aber da sind wir auch genau beim Thema. Hier steht irgendwo die Genauigkeit drauf. Das heißt, wir wissen nicht, wie genau die Messwerte jetzt sind. Ich habe das Ding prinzipiell mal neben einem anderen liegen lassen, neben einem DS18B20. Das ist so ein One-Wire Temperatursensor. Der ist plus minus 0,5 Grad. Die sind sich da relativ einig, wie sich das bewegt. Und gerade dieses Bewegen, also die relative Temperatur, das ist eigentlich auch so das Wichtige, was man in der Wohnung haben will. Die absolute Temperatur, ob das jetzt gerade im Raum 22 Grad oder 23 Grad ist, ist meistens nämlich nicht das, was interessant ist. Denn naja, so ein Temperaturunterschied von einem Grad hat man im Zweifelsfall auch schon, wenn man durch den Raum geht. Einfach weil sich die warme Luft und kalte Luft im Raum ja auch nicht gleichmäßig verteilt. Da ist es dann wichtiger zu sehen, okay, wird es gerade wärmer, wird es gerade kälter? Einfach um so einen groben Überblick zu bekommen. Und ein Grad mehr oder weniger, das merkt man in den meisten Fällen ohnehin nicht. Luftfeuchte habe ich nichts da, womit ich das sinnvoll vergleichen kann. Die anderen Sensoren, die ich so habe, die sind auch eher in der Kategorie Schätzeisen. Von daher, nee. So oder so, ich bin positiv überrascht, gerade über das, was ich beim Stromverbrauch gesehen habe. Das dürfte eine sehr, sehr lange Batterielaufzeit am Ende dann bringen. Und ja, Zigbee halt auch beim Senden relativ sparsam, relativ schnell vor allen Dingen. Das ist das große Problem bei WLAN. WLAN, im Prinzip ist es ja erstmal selbe Frequenz und so. Das heißt also, die Sendeleistung könnte ähnlich sein. Aber dadurch, dass man üblicherweise Managed Mode benutzt, das heißt also einen Access Point hat und der irgendwie IP spricht, naja, so ein WLAN-Gerät muss dann erst mal das WLAN-Modem einschalten, muss mit dem Access Point kommunizieren, muss die Verschlüsselung aushandeln, muss sich dann verbinden, muss dann eine IP-Adresse anfordern in den meisten Fällen, die zurückbekommen. Die IP-Adresse wird dann eingetragen. Dann wird eine Datenverbindung zum Server aufgebaut, der gegebenenfalls weiter weg ist und daher höhere Latenz hat. Da werden die Daten drüber geschickt und dann kann die Verbindung jetzt wieder abgebaut werden. Wohingegen es bei Zigbee so ist, naja, wir schalten das Ding an. Wir senden wahrscheinlich, ich kenne leider das Protokoll nicht, das ist wie gesagt leider nicht offen, senden aber vermutlich einfach ein Paket raus, was sagt, hallo, ich habe einen Messwert, der ist sowieso, warten eventuell einen kleinen Moment, ob wir was zurückbekommen und ja, nach diesem Moment oder wenn wir was zurückbekommen, können wir uns schlafen legen. Aber diese ganze Aushandlung mit einem zentralen Access Point oder so, die kann in dem Fall entfallen, einfach weil das Ding ja schon beim ersten Einschalten oder beim Pairing über den Button auf der Rückseite mit dem Gateway oder Concentrator heißt es ja hier, bekannt gemacht wurde und diese ganzen Kryptoschlüssel, Verbindungsinformationen, die sind alle gespeichert lokal und müssen nicht jedes Mal neu ausgehandelt werden. Und das ist natürlich ein massiver Vorteil von Zigbee oder halt anderen Protokollen, die halt so eine Direktverbindung machen und nicht komplett einen IP-Stack implementieren. So, genug geschwaffelt. Ich hänge das Ding mal wieder dahin, wo es eigentlich messen soll. Mal gucken, wie lange es dann am Ende wirklich durchhält, aber zumindest vom ersten Blick bin ich da positiv überrascht und würde davon ausgehen, dass es auch eine gewisse Zeit das tut, was es soll.